Klimaschutz betrifft uns alle. Der Grazer Klimaschutzplan ist die Dachstrategie für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt hin zur Klimaneutralität. Das bedeutet, dass unsere Treibhausgasemissionen um etwa 90 Prozent reduziert werden müssen. Durch gemeinsamen Klimaschutz soll dieses Ziel 2040 erreicht werden. Seit 1990 ist in unserer Stadt die Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad Celsius angestiegen. Dadurch kommt es öfter zu kleinräumigen Starkniederschlägen und Überschwemmungen, zu mehr Hitzetagen und mehr Tropennächten. Das wirkt sich negativ auf unsere Lebensqualität und auf die Gesundheit von Kindern, Älteren und Kranken aus. Der Naturraum wird stark beeinträchtigt und gerät zunehmend in Gefahr. Und es kommt verstärkt zu Schäden an der Infrastruktur. Die Stadt Graz hat mit wissenschaftlichen ExpertInnen im ersten Schritt eine Klimaeröffnungsbilanz erarbeitet. Diese zeigt, dass die Emissionen in Graz bei über 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent liegen. So viel wie in anderen vergleichbaren Städten. Anschließend wurde untersucht, woher diese Emissionen kommen. Für einen kleinen Teil ist das Haus Graz selbst verantwortlich. Der überwiegende Teil der Emissionen, circa 97 Prozent, kommt aus der Wirtschaft, den Haushalten und dem Verkehr. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, wurden nun Maßnahmen erarbeitet. Das Klimaschutz ABC. Teil A betrifft das Haus Graz selbst. Um bereits 2030 klimaneutral zu sein, setzt das Haus Graz verstärkt auf Photovoltaik, Sanierungen und alternativ angetriebene Fahrzeuge. Und das Bewusstsein der MitarbeiterInnen zu klimafreundlichem Handeln wird gestärkt. Im Teil B schafft die Stadt Graz Angebote, Strukturen und Rahmenbedingungen, um in unserer Stadt klimafreundlich zu leben und wirtschaften. Um das oberste Ziel der Klimaneutralität 2040 zu erreichen, wird das Angebot an alternativer Mobilität sowie das öffentliche Verkehrsnetz weiter ausgebaut. Im Rahmen der Radoffensive wird das Radnetz in Graz ausgebaut. Weiters entstehen neue, attraktive Fußwege. Und zur Erholung werden attraktive Parks und Wasserflächen geschaffen und Flächen neu begrünt. Im Teil C geht es um die Eigeninitiative in Wirtschaft und der Bevölkerung. Mit dem Klimapakt Hashtag bin dabei für Graz sollen die Kräfte für den Klimaschutz in der Stadt gebündelt werden. Die Stadt Graz lädt alle BürgerInnen, MultiplikatorInnen, StakeholderInnen, Unternehmen und große ArbeitgeberInnen ein, sich mit vereinten Kräften am Ziel der Klimaneutralität 2040 zu beteiligen. Jeder Beitrag zählt. Jede und jeder kann dabei sein. Sei dabei!